Hallo zusammen, ich fahre Richtung Schkeuditz, ich bin hier im Gewerbegebiet in Radfeld und vor mir ist diese Traptorenkurs, es geht langsam voran hier und die blockieren vorne, also sind diese Bahnproteste und auf Autobahn Richtung Dresden ist gesperrt, also zugestellt mit Traktoren Sie sehen vor mir Ich hoffe, dass ich bis zu der Porsche raus fahren kann, mal sehen 3 2 2 Das ist der P2. Weil die Einfahrt auf A14, es war frei, aber jetzt hier ein Radfeld, da können sie nicht auf die A14 Richtung treten. Oder Delic, oder nach Delic kommen sie auch nicht. So, ich habe jetzt hier Glück, die fahren so im Kreisverkehr rum und dann kehren sie so zurück. Und da kann ich durchfahren, Richtung... Richtung... Ich gehe jetzt. Aber ich sehe schon, die fahren so im Kreis um. Und da kann ich durchfahren. Und da kann ich durchfahren. Also, die fahren so im Kreis um und... Die macht Blockade hier, bei der Porsche. Sie sehen von mir diese Porsche-Emblem. So, und die ganzen Traktoren, die fahren im Kreis um, die lassen uns nicht vorbei. Die Hälfte verlassen Kreisverkehr und die Hälfte bleibt dann auch im Kreisverkehr. Und ich sehe an den Hup-Konzert. So, ich sehe an die kurof der Leiterne, okay? So, du hast ihn ja in Ordnung? In Ordnung, glaube ich, mits könnte. Deineijn indict und glaube ich auch nicht das glücklich sein. Ja, denn wo du hast du das하� sollte, bisanders in Leiter des wurde Bitavaast herst dreams strange, frag du dich, klar? Ach, Mal. Dass du, was vor zu lerde sind? Das schє dich erstmal dann nicht gere fangen! So, ich hoffe, dass ich... 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 So, ich mache es mal aus hier... Ich sehe schon, dass... Es wird immer schlecht... Bei nächstes... So, ich sehe... 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 So, ich sehe...